Musik Ich bin hier in Wohnziedel, um einfach mal auf den Grund zu gehen, woher meine Pellets kommen, die mir die Baybar regelmäßig liefert. Wir produzieren hier vor Ort seit 2011 Holzpalettes. Die benötigten Rohstoffe werden aus den umliegenden Sägewerken direkt an uns angeliefert und wir verarbeiten sie zum EN Plus Holzpalettes. Musik Viterholz ist eine Marke der Baybar. Mit ihren geschäftlichen Aktivitäten deckt die Baybar die menschlichen Grundbedürfnisse, Nahrung, Wohnen, Energie ab. Unseren Kunden wollen wir beim Kauf von Viterholz Holzpalettes dieses Versprechen vermitteln. Musik Als international tätiges Unternehmen sehen wir uns in der Pflicht, Verantwortung für nachhaltige Entwicklung und für das Klima zu übernehmen. Musik Musik Aus dem wunderschönen, aber doch kalten Franken geht es jetzt gleich zurück ins warme Zuhause nach München. Dabei muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Ich heize nachhaltig mit dem Pellets von Baybar. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020